lassen, etc. Aber wir klatschen jetzt erstmal hier den Lico rein. Da ist der Sound am wabbeln. Wie einige von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben und wie man es auch im Clip hier sieht, hat die Sängerin Miley Cyrus sich im Joe Rogan Podcast darüber geäußert, dass sie sich nicht länger vegan ernährt und hat gesagt, sie ist der Überzeugung, dass es Fisch benötige, damit ihre kognitiven Fähigkeiten gut und ausreichend funktionieren. Witzigerweise ist es ja so, dass sie einfach nur gesagt hat, ich fühle mich einfach damit besser und vor allem dieser Joe Rogan Podcast, die dauern ja meistens immer so 2, 3, 4 Stunden oder so und dann erwähnt sie in einem Satz, dass sie sich eben mit tierischen Produkten besser ernährt und jetzt kommen die ganzen Veganer aus den Löchern gekrochen und versuchen sich zu rechtfertigen. Das ist immer witzig. Ist es durchaus korrekt, dass eine ausreichende Versorgung mit den langkettigen Omega-3-Fettsäuren wie der Eicosapenta-Ensäure und der Doco-Syxa-Ensäure, kurz EPA und DHA genannt, wichtig für die kognitiven Fähigkeiten ist, aber um diesen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren zu decken, Omega-3-Fettsäuren zu decken, Omega-3-Fettsäuren zu decken, für die Kognitiven... Ähm... Na, das sind auch nur epidemiologische Beobachtungsstudien, wo einfach Leute, die quasi mehr Fisch essen, grundsätzlich schon eine andere Lebensvoraussetzung haben und dementsprechend ist das Ganze auch nicht mal klinisch nachgewiesen in irgendeiner Weise. ...kognitiven Fähigkeiten ist, aber um diesen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren zu decken, muss man absolut keinen Fisch essen. Zum Thema Omega-3 bei veganer Ernährung haben wir... Wenn du Abonnent bist, darfst du auch nicht Ketogen hier schreiben. Sie hat es wirklich nur in einem Satz erwähnt. Ja, richtig. Und dann rastet alles, die ganze vegane Welt rastet aus, weil Miley Cyrus gesagt hat, joa, jetzt esse ich wieder Fisch und ich fühle mich besser damit. Wir haben insgesamt vier Videos schon gemacht, wie man die noch nicht gesehen hat, sehr gerne alle vier angucken. Wir schauen uns jetzt nachfolgend auch einen kleinen Ausschnitt aus dem Video Omega-3 ohne Fischstecken an, damit wir Grundverständnis für die Thematik bekommen, bevor wir einige der Details zu der Situation von Miley Cyrus besprechen. Was aber in Bezug auf die langkettigen Omega-3-Fettsäuren oft vergessen wird, weswegen ja gesagt wird, man müsse Fisch essen, ist zum einen der Körper... Jetzt sag nicht, dass das ganze Video nur über dieses Omega-3-Fett-Thema wieder geht. Oh, was ist denn das für eine Stellungnahme? Digga, die Tussi hat einfach nur gesagt, mir geht es besser, wenn ich tierische Produkte esse. ... aber ist in der Lage, aus dem ALA, aus der Alpha-Ninolensäure, in pflanzlichen Quellen wie den Chiasamen, wird oft vergessen, dass die eigentlichen Lieferanten, gar nicht die ursprünglichen Lieferanten sind, für dieses EPA und das DHA, sondern es sind Pflanzen im Meer, es sind die Mikroalgen, das sind Marinepilze, die natürlich sich im Laufe der Nahrungskette auch im Fischgewebe ansammeln können. Ja, und die Kuh ist auch eigentlich kein Nahrungsmittel für Kreatin, äh, kein, kein, äh, Ersteller von Kreatin oder Protein, sondern die Kuh ist auch einfach nur ein Lebewesen, was das in sich ansammelt, beziehungsweise entsprechend umwandelt. Der menschliche Körper aber dann die Kuh natürlich auch nutzen kann als Nahrungsmittel und den Umweg über das Gras nicht gehen muss, weil der Mensch eben entsprechende Bakterien nicht hat, die die Kuh aber hat. Dementsprechend ist das gar nicht mal so schlimm und deshalb müssen wir auch keine Algen fressen, wir können natürlich auch den Fisch essen, weil der Fisch natürlich dann auch noch mit anderen nützlichen Beiprodukten und Nährstoffen und sekundären, äh, sekundären Fleischstoffen einher geht, wie zum Beispiel Kreatin etc. Also, diese ganze, diese ganze Kleinigkeiten immer, du kannst ja auch Algen essen, also musst du ja gar keinen Fisch essen, ist völliger Bullshit, weil der Fisch ist einfach ein komplettes Nahrungsmittel, wo noch viel mehr drin ist, wo du nichts kombinieren musst. Du musst diesen verdammten Fisch nicht noch kombinieren mit Kartoffeln oder diesen, diesen Linsen und dieses grüne Gemüse, du musst nur diesen verdammten Fisch essen. Du musst nicht die Algen essen, das aber noch kombinieren mit Kartoffeln und dann noch ein paar Linsen dabei und dann noch grünes Gemüse und dann noch Nüsse, weil dir noch Selen fehlt, isst diesen Fisch. Fisch essen, Fleisch essen, fertig. Fisch, einfacher geht es nicht. Nicht kombinieren, hier fünf Töpfe. Meine Kinder schreien schon, ich muss aber noch die Linsen machen und ich muss das kombinieren mit Kartoffeln und ich muss, oh Gott, jetzt habe ich meinen Vitamin A nicht. Ich muss noch in irgendeiner Weise Karotten machen. Die habe ich nicht da. Ich muss noch einkaufen. Meine Kinder, was macht ihr? Warum malt ihr die Wand an? Ich muss Karotten kaufen. Ich bin vegan. Könnt ihr nicht Rücksicht nehmen, dass ich vegan bin und hier zehn Töpfe habe und das alles kochen muss? Ich bin depressiv. Vegan hat mich depressiv gemacht. Jetzt ist vorbei. So läuft es, Leute. So läuft es in der freien Natur da draußen, wenn ihr vegan unterwegs seid. Ihr kommt nicht mehr klar auf euer Leben. Das ist der Kreislauf der veganen Mangelernährung, würde ich sagen. Also einfach Fisch essen. Einfach Fisch essen und nicht Algen und dies und das. Mann, Mann, Mann. Und du bist doch den ganzen Tag auf dem Klo. Deine Kinder spielen malen die Wände an. Du sitzt aber erstmal eine halbe Stunde auf dem Klo, damit du deine Ballaststoffe rausscheißen kannst. Das ist ein Leben. Und das fünfmal am Tag und ist ganz geil und so. Es ist traurig. Beim Fisch brauchst du noch nicht mal Salzen. Der kriegt das Salz sogar mit. Aber ursprünglich erneut stammen diese Omega-3-Fürzsäuren aus pflanzlichen Quellen. Ja! Die Pflanze kriegt auch ihre ursprünglichen Quellen aus der Sonne und dem Boden. Du kannst auch Erde essen und dich in die Sonne stellen. Wirst du auch nicht gesünder durch. Das ist ein total dämliches Argument zu sagen. Ja, aber ursprünglich kommen die Nährstoffe ja sowieso dann irgendwie aus der Algen. Die Alge hat ihre Nährstoffe ja auch nicht einfach so Hex-Hex, sondern die Alge hat ihre Nährstoffe entsprechend auch entweder aus dem Wasser oder aus dem Boden oder sonst was dann. Öh! Die Alge kriegt ihre die Alge kriegt ihre Nährstoffe aus der Scheiße der Fische. Das ist der Nährboden für Algen. Die Fischkacke. Also kommt es dann doch wieder aus dem Fisch. Wenn du Algen frisst, frisst du Fischkacke. Also von daher, Plankton ist wieder Plankton ist ja wieder so ein Mischding. Plankton ist auch aus Fischkacke. Neben den Omega-3-Fettsäuren, die sich im Laufe der Nahrungskette akkumulieren können, sind das aber auch Stoffe, die wir vielleicht weniger haben wollen, wie die sogenannten persistenten organischen Schadstoffe, zu denen unter anderem Dioxine, BCBs und weitere Schadstoffe gehören. Nicht alle, aber viele... Ja, deshalb isst man ja auch nicht seine pflanzlichen Produkte aus Plastikflaschen. Untersuchungen sehen dabei im Fisch die Hauptquelle für diese Schadstoffe. Und zwar nicht nur für erwachsene Menschen, die Fisch konsumieren, sondern sogar für Säuglinge, deren Mütter Fisch konsumieren, die belastet sind und die dann über die Muttermilch diese Schadstoffe auch an den Säugling weitergeben können. Daher vor allem in so empfindlichen, wichtigen Phasen wie der Entwicklung des Kindes im Säuglingsalter sollten wir auf eine wesentlich sauberere, nachhaltigere und am Ende des Tages dadurch gesündere Quelle für Omega-3-Fettsäuren zurückgreifen. Eine Kuh. Eine Kuh. Also das sauberste und gesündeste, was du überhaupt haben könntest, wäre tatsächlich die Kuh von deiner Weide. Das wäre das ultimativ Vegane eigentlich, weil du das wenigste Leid verursachst und das meiste in einem Lebewesen drin hast. Fertig. Und daher lautet erneute die Empfehlung, den Mittelfisch einfach rauszustreichen und die Langketting Omega-3-Fettsäuren daher zu bekommen, wo auch der Fisch sie herbekommt, aus den marinen Quellen pflanzlicher Herkunft. Ja, und woher kommt diese pflanzliche Herkunft? Dann bin ich dafür, wir streichen diese pflanzliche Herkunft einfach raus und ernähren uns direkt von Erde und Sonne. Ist das nicht toll? Das ist die Argumentationskette. Ihre Untersuchungen haben sowohl die Verträglichkeit als auch die Wirksamkeit und die Sicherheit von Mikroalgenöl getestet und alle kommen einheitlich zum selben Ergebnis. Algenöl bietet eine saubere und bioverfügbare Form für EPA und DHA und zeigt keine negativen Effekte beim regelmäßigen Verzehr. Es gibt Mikroalgenöl genauso wie auch Fischöl in Kapselform. Es gibt offene Öle, die man dann über einen Salat geben kann oder in ein Dressing reingeben kann. Wichtig ist dabei nur, dass man diese sehr empfindlichen Öle genauso wie auch andere Öle wie Leinöl, Hanföl und Giaöl mit sehr vielen kurzkärtigen Omega-3-Fettsäuren nicht erhitzt, sondern nur für die kalte Küche verwendet. Interessanterweise geschrotete Leinsamen, die man ja durchaus als Eiersatz zum Backen verwenden kann und die man dadurch ja erhitzen würde, die kann man auch erhitzen, denn Studien zeigen, dass man die geschroteten Leinsamen Das ist kein verdammter Eiersatz, Nico. Verdammt. Seit wann ist es ein Eiersatz? Es ist einfach nur ein Glibberersatz oder sonst was. Aber es hat doch überhaupt nichts die Nährstoffe, die ein Ei hätte. Man verbacken kann und trotzdem die empfindlichen Omega-3-Fettsäuren beim Backen trotz der Temperatur nicht Schaden nehmen, einfach aufgrund der schützenden Lebensmittel-Matrix im Leinsamen, in der sie eingebunden sind. Ja, überlege ich mal. Und das kann der Körper dann nämlich am Ende auch nicht aufnehmen, weil da eben auch noch sekundäre Pflanzenstoffe mit einhergehen, die die Aufnahme behindern von einigen Nährstoffen. Ist das am Ende gut oder schlecht? Natürlich lieber Pillen reinhauen, anstatt ordentlich zu essen. Das ist doch logisch. Ich glaube, du wirst es immer wissen. Aber were you doing intelligently? Were you supplementing the right way? I do all my protein drinks. I've watched every bodybuilder's YouTube. Miley antwortet auf die Nachfrage von Joe, ob sie sich denn bedarfsdeckend und klug vegan ernährt hätte, dass sie alles beachtet hätte. Sie hätte gut supplementiert, Proteinshakes getrunken und sie hätte sich bei zahlreichen veganen Bodybuildern auf YouTube über die vegane Ernährungsweise informiert. Und da kommen wir auch schon zum grundsätzlichen Problem, nämlich ihre Informationsquellen. Anstatt sich bei Ernährungsmedizinern, Dietologen und Ernährungswissenschaftlern zu informieren. Ja, weil die auch alle immer so viel mehr Ahnung haben, ne? Sieht man ja. Boah. ... hat sie zahlreiche vegane Bodybuilder und Fitness-YouTuber als Primärinformationsquelle zu Rate gezogen. Und natürlich gibt es auch einige von ihnen, die ein gutes Grundverständnis in Bezug auf die Ernährung haben, aber viele von ihnen haben keinerlei Primärbildung im Ernährungsbereich und so sollten die Informationen, die sie auf YouTube verbreiten, nicht einfach so unhinterfragt übernommen werden. Autoritätsargument ist eigentlich völliger Bullshit, kannst du hier nicht bringen, weil du nicht mal genau weißt, was sie denn überhaupt für Informationen bekommen hat. Sind die Informationen gut oder nicht? Dann ist es scheißegal, ob du eine entsprechende Ausbildung hast oder nicht oder ob du dich selber da in dem Fach weitergebildet hast. Also er bringt dir einfach nur ein Strohmann-Argument, ein entsprechendes Argument aufgrund der Autorität. Er sagt einfach, alle Bodybuilder, also pauschal sagt er das ja so, eigentlich haben die Bodybuilder nichts zu sagen im Thema Ernährung, hat aber nichts damit zu tun, ob die Informationen so richtig waren oder nicht, sondern er möchte sich selber dann hiermit auf dem Ross stellen, weil er eine entsprechende Ausbildung hat, eine offizielle Ausbildung, die natürlich auch dann entsprechend schon lange veraltet sein kann und nicht mehr den neuesten Sachen entspricht. Also dementsprechend ist das auch Quatsch. Ich würde mal gerne wissen, ob denn all die Sachen, die er dann auch teilweise natürlich richtig sagt, ob das auch wirklich in seinem Studium entsprechend gelehrt wurde. Ich denke nämlich nicht, lieber Nico. Da sind wahrscheinlich sehr viele Sachen im Studium nicht so rübergebracht worden sind, wie du dann entsprechend später aus deinen Studien auch zur veganen Ernährung entsprechend gezeigt hast. Er steht vor einem Bücherregal, also ist es Autorität. Ja, sollte man sich an seriöse Quellen wenden und wenn man im englischsprachigen Bereich mehr über die vegane Ernährungsweise und die Nährstoffbedarfstechnung erfahren möchte, dann kann man zum Beispiel Webseiten besuchen von Diätologen und Diätologinnen wie Jack Norris und Virginia Messina und auch ihre Bücher lesen oder man kann auch die Bücher von den Diätologinnen Brenda Davis und Vesanto Melina lesen. Und wer sagt, dass sie richtig sind? Wenn ich da reingucke und dann falsche Informationen finde, sind es vielleicht auch einfach nur Leute, die ihre eigene Bias haben? Ja, das Argument ist ziemlich schwach. Das sollte man nicht bringen. Wenn man, entweder man bringt die Information selber, aber eben nicht das Autoritätsargument. Miley Cyrus sagt ja im Video, dass sie auch klug supplementiert hätte. Allerdings ist beim weiteren Blick auf ihr Video nicht davon auszugehen, dass sie das wirklich gemacht hat. Zum einen weiß sie wohl nicht um die Existenz von Mikroalgenöl als Alternative zu Fischöl und hat das vermutlich auch in den letzten Jahren während ihrer veganen Ernährungsweise nicht supplementiert. Darüber hinaus ist auch nett davon aus, auch einfach nur ein Scheinargument, weil du weißt überhaupt nicht, was sie supplementiert hat. Du vermutest einfach nur irgendwelche Dinge und das ist natürlich dann auch wieder eine falsche Stellungnahme. Das ist keine Stellungnahme, wenn ich dann einfach Vermutungen aufstelle. Ja, der andere hat sich bestimmt beschissen ernährt. ...zugehen, dass sie ein gut zusammengestelltes Multinährstoffpräparat verwendet hat, um neben dem aller, aller kritischen Nährstoff bei veganer Ernährungsweise, nämlich dem Vitamin B12, auch andere potenziell kritische Nährstoffe in ausreichender Menge zu bekommen. Und natürlich kann man die auch einzeln supplementieren. Ein Multinährstoffpräparat wäre aber hier eine einfache Lösung. Also in einer veganen Ernährung gibt es auf jeden Fall eine Menge kritischer Nährstoffe nach seiner Aussage. Ist dann die vegane Ernährung wirklich zu empfehlen für jemanden, der es relativ einfach haben möchte? Ich denke nicht. Ey, danke fürs Folgen, aber jetzt reicht's auch. Aber er hat ja seine eigenen entwickelten Supplemente. Damit ist alles wieder ganz einfach. Kostet euch dann eben nur Geld im Monat, ne? Ey, danke dir, Pesca Boy. In meinem kostenlosen E-Book namens Das Einmaleins der Veganernährung, welches unlängst völlig neu bearbeitet in der dritten Auflage zum Gratis-Download auf meiner Website erschienen ist, gibt es auch eine Tabelle mit unterschiedlichen Multi- Gratis. Lasst euch nicht... Komm. Das sind doch bestimmt Affiliate-Links, oder? 10 Euro, dass das Affiliate-Links sind. Und dann ist nichts gratis. Dann ist es einfach nur Werbung. Ist es überhaupt als Werbung gekennzeichnet? Dr. Jakobsweg. Oh Gott. Ey, ich hab mal in dieses Buch reingelesen. Come on. Also alleine die Leute, die er da schon zu dem Symposium mal eingeladen hat, auch die Amerikaner, die kannst du in nullkommanichts auch widerlegen mit ihren Aussagen, die sie getroffen haben. Dr. Greger, etc. Direkt widerlegt. Insulinindex? Fleisch hat einen höheren Insulinausstoß als weiße Kartoffeln? Blödsinn. Und das sind die Ärzte, auf die man hören soll. Das regt mich so auf. Es ist einfach nur... Es ist einfach... Am Ende ist alles Geldmacherei. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist schon... Ach, das ist... Es ist traurig. Es ist traurig. Es ist traurig. Natürlich Affiliate-Link. Was... Was rede ich eigentlich? Was rede ich eigentlich? Hier. Ich habe in meinem ganzen verdammten kostenlosen Buch hier habe ich keinen einzigen Affiliate-Link. Nichts. Du musst nicht mal was spenden. Gar nichts. Das wäre... Das wäre... Es ist einfach traurig. Vitamin B12, B2, Vitamin D, Vitamin K, Vitamin A, Cholin, Zink, Eisen, Calcium, Magnesium, Jod, Selen, EPA, DHA, Go for it. Go vegan. Go synthetic. Also ich weiß nicht. Mir ist das... Mir ist das... Mir ist das ehrlich gesagt... Ist das einfach... Ich weiß. Das ist nicht mein Ding. Das ist nicht mein Ding. Das ist das glatt gebügelte Jasper Carven-Ding. Und dann einfach Miley Cyrus irgendwelche Worte auch in den Mund legen, irgendwelche Stroman-Argumente zu bringen, um dann entsprechend... Es ist... Komm. Er spricht nichts gegen verdammte Supplemente, aber du kannst doch nicht... Aber doch nicht so... Er folgt stark von dir! Danke für dein Abo! Du kannst doch nicht auf der einen Seite sagen... Ja, unterstrich Chris abonniert den kleinen Lurch. Party on! Auf jeden Fall Party on! Dr. Jakobsweg war auch ein Affiliate-Link. Ach Gott. Das ist... Für mich ist das einfach traurig, was in der... Ja, für mich ist Nico so... Der hat irgendwie nicht so den Bezug dazu, was da draußen wirklich passiert. Du kannst so und so viele Studien machen und lesen und alles total toll, aber du vergisst die Menschen da draußen. Ganz einfach. Das ist genauso wie Drosten. Du kannst so toll wie möglich sagen, ja... Der Virus könnte eventuell... Eventuell im Okto, November, Dezember... Eventuell... Wir sollten alle direkt einsperren. Scheiß drauf, dass die Menschen dann draußen und so... Es ist... Danke da, Chris, für den dritten Monat, im dritten fortlaufenden Monat. Aber du weißt ja, der vierte Monat ist noch deutlich wichtiger. Das ist nicht kostenlos. Das ist kostenlose Werbung. Warum steht da keine Werbung? Ich wurde angeklagt... Ich wurde angeklagt, vor Gericht gezehrt, musste 8000 verdammte Euro bezahlen, weil ich verschissen nicht mal Werbung drüber geschrieben habe über so einen fucking Affiliate-Link. Und diese Typen können sich das zuklatschen von oben bis unten. Da muss fucking Werbung drüber stehen. Nicht Affiliate-Link. Das war nicht zulässig bei mir. Durfte ich nicht machen. Ich durfte bei mir nicht Affiliate-Link hinschreiben. Ich musste fucking Werbung hinschreiben. Die Nährstoffpräparaten von unterschiedlichen Firmen, mit der Hilfe man sich ohne großen Aufwand mit nur ein bis zwei Kapseln pro Tag mit den allermeisten der Potenzial... Du musst einfach nur ein bisschen Geld ausgeben. Dann kannst du dich eigentlich schon mit allen Sachen versorgen. Nur 50 Cent am Tag. Dann bist du... Hat man überhaupt ein Multi-Supplement, was alles abdeckt? Nee. Aber mit 50 Cent hast du hier wahrscheinlich so das meiste abgedeckt. Ähm... Was ist denn sein eigenes Ding? Er hat ja überall Affiliate-Link fast. 50 Cent am... Ach, das ist doch nichts. Sind 15 Euro im Monat. Das sind 150, 160, 170 Euro im Jahr. ...kritische Nährstoffe versorgen kann. Einen Link zum Download vom kostenlosen E-Book gibt es auch in der Videobeschreibung. Hätte sie in den letzten... Ach, der Wolf, der scapt doch jetzt irgendwelche dünnen Frauen und verarscht und kach, keine Ahnung, ich habe da gar keinen Bock mehr, mich mit solchen Leuten zu beschäftigen. Es ist immer das Gleiche. ...jahren, entweder ausreichend über Single-Präparate oder über ein gut zusammengestelltes Multinährstoff-Präparat. Jene kritischen Nährstoffe supplementiert, die man ansonsten in etwas größerer Menge über tierische Produkte bekommt, dann hätte sie auch gänzlich ohne diese tierischen Produkte all diese kritischen Nährstoffe auch gut deckt. Also, du musst nur supplementieren, dann ist alles in Ordnung. Und das sind eben solche Aussagen, die für mich überhaupt nicht... Das ist einfach krank. Wenn du irgendwas supplementieren musst, dann ist verdammt nochmal deine Ernährung falsch. Dann stimmt die Grundlage nicht. Du kannst nachher immer noch supplementieren. Wir haben uns auch auf Discord über Kreatin oder so unterhalten. Da sag ich ja auch, natürlich kannst du Kreatin noch nehmen, wenn du sowieso als Veganer durch die Gegend läufst und dann vielleicht noch das Optimum rausholen willst. Du kannst alles Mögliche machen. Du kannst dir ein Pumpbooster reinhauen. Du kannst dir Citrullin, du kannst dir was weiß ich nicht was. Du kannst dir alles Mögliche reinhauen. Aber doch nicht aus dem Grund, weil deine grundsätzliche Ernährung schon beschissen ist. Das ist doch nicht die Grundlage. Wenn deine Ernährung in den Grundlagen schon nicht stimmt, dann stimmt irgendwas mit der ganzen Kette hinten dran auch nicht. Weil irgendwas immer fehlt und das hast du gar nicht auf dem Schirm. Das hast du in deinen Nahrungsergänzungsmitteln überhaupt nicht drin. Wo ist denn hier Kreatin? Wo ist denn Beta-Alanin? Und solche Sachen alles. Die ganzen Sachen, die in tierischen Produkten drin sind, dann hast du noch die Umwandlung und so weiter und so fort, die dann auch noch sein. Hm. Warum nimmst du 15 Gramm Kreatin? 5 Gramm reichen locker aus. Ja, die meisten verkaufen ja ihre Supplemente sogar für 30 Euro im Monat. Wo ich mir denke, wie können die Leute, wie kann man denn darauf auf den Preis dann nicht achten? Und dann kommen die mit ihren liposomalen Scheiß um die Ecke, der wissenschaftlich völliger Bullshit ist, das oral einzunehmen. Verkaufen wir wieder somales Zeug für 30 Euro pro Flasche, dann hast du 5, 6, 7 Flaschen und du gibst im Monat 400 Euro aus für den Kram. Das ist, das kann doch nicht mehr normal sein. Du gibst 400 Euro im Monat aus für so blöde, widersomale Scheiße. Und dann, ja, kannst du ja auch direkt einen Obstsaft trinken. Aber 99 Euro für einen Ernährungsplan, der dir zig Jahre hilft, das ist natürlich zu viel. ansonsten in etwas größerer Menge über tierische Produkte bekommt, dann hätte sie auch gänzlich ohne diese tierischen Produkte all diese kritischen Nährstoffe auch gut decken können. Nein! Wo ist Kreativ? Wo sind die ganzen anderen Sachen, die entsprechend in tierischen Produkten noch vorkommen? Blödsinn! Du kannst nicht alles optimal decken. Du kannst deine Grundlage vielleicht decken, ja, aber alles andere musst du dann noch, um in den optimalen Bereich zu kommen, supplementieren. Und wie gesagt, nochmal hier, es spricht nichts gegen Supplemente und wenn du dich vegan ernährst, solltest du Supplemente nehmen, aber das ist doch die falsche Begründung. Du kannst nicht einfach sagen, ja, wenn Miley Cyrus aber keinen Bock hat, jeden Tag Supplemente zu schlucken, dann ist sie mit tierischen Produkten besser bedient. Viele davon natürlich kann man auch über eine gut sammengestellte vegane Ernährungsweise decken, aber manche, wie Jod und Selen und weitere, können in der Ernährungsweise oft kritisch sein und man könnte ganz einfach dem vorbeugen, indem man sie supplementiert. Was hast du für dein Gehirn? Ich fühle, dass ich jetzt viel stärker bin als ich war und ich denke, dass ich an einem Punkt ziemlich malnutrition Sie hat gesagt, sie ist mangelernährt eventuell gewesen. Das bedeutet, dass sie eventuell auch eben an anderen Nährstoffen einen Mangel hatte. Es geht nicht nur um Omega-3. Wer hat das denn gesagt? Ist das biochemisch eher unplausibel, denn die DHA-Werte im Gehirn, die können nicht so schnell ansteigen, dass man eine Mahlzeit verzehrt und dann direkt damit einen direkten Einfluss auf sein Gehirn hat? Ja, es muss aber nicht nur am DHA liegen, sondern kann auch am B12 liegen, am Eisen liegen, am Protein liegen und so weiter und so fort. Es gibt viele Stoffe, die eine Auswirkung haben, warum man sich dann besser fühlt. Was deutlich wahrscheinlicher wäre, ist die Tatsache, dass wir hier einen Placebo oder einen Nocebo-Effekt beobachten, der durchaus so stark ausgeprägt sein kann, dass man deutliche gesundheitliche Veränderungen verspürt, ohne dass es tatsächlich etwas mit dem Wechsel in der Ernährungsweise per se zu tun hat. Der Placebo-Effekt beschreibt dabei jenen Umstand, dass Personen durchaus positive Effekte erleben können, ohne dass sie tatsächlich einen Wirkstoff verabreicht bekommen, der diese positiven Effekte auslöst. Wohingegen der Nocebo-Effekt das gleiche im negativen Sinne ausdrückt. Das heißt, Leute erleben negative Effekte, zum Beispiel in einem placebo-kontrollierten Trial, ohne dass sie tatsächlich in der Wirkstoffgruppe sind, sondern in der Placebo-Gruppe und diese negativen Effekte auch ohne einen Wirkstoff erleben. Und wenn es nur der Placebo-Effekt ist, wenn du ein Fisch isst, dann ist doch auch super. Es ist gesund und du hast keinen Schaden dadurch. In einigen klinischen, placebo-kontrollierten Studien berichten bis zu einem Viertel der Personen, auch in der Placebo-Gruppe, die also eine Bille gänzlich ohne einen Wirkstoff erhalten haben, dass sie trotzdem negative Nebenwirkungen der Tablette erleben, die es rein physiologisch gar nicht geben könnte. Und daher kann hier von einem ausgeprägten Nocebo-Effekt gesprochen werden. Somit ist es nicht gänzlich überraschend, dass Personen Placebo- und Nocebo-Effekte auch in Bezug auf die vegane Ernährungsweise erleben. Es ist auch wieder ein Strom, ein Argument, weil er das doch überhaupt nicht auf sie übertragen kann. Sie hat ja jetzt überhaupt nicht gesagt, dass sie sich am nächsten Tag direkt besser gefühlt hat oder was auch immer, sondern sie hatte einfach nur das Gefühl, dass sie Mangelernährt war, sie hatte halt keine Energie, sie hat eben wieder tierische Produkte gegessen und sie fühlte sich deutlich besser. Und das können hier auch viele Leute natürlich Placebo-mäßig nachvollziehen. Trotzdem fühlt man sich deutlich besser. Das kann ich sogar quantifizieren, indem ich jeden Tag verdammt nochmal hier tracke, alles aufschreibe und genau sehen kann, wann ich mehr Protein gegessen habe, wann mein Körpergewicht und so weiter runtergeht, wann mein Schlaf besser geworden ist und so weiter und so fort. Also das ist nicht nur Placebo-Effekt im Endeffekt, sondern du kannst sowas natürlich auch entsprechend quantifizieren. Wenn eine vegan lebende Person von ihrem Umfeld immer wieder hört, dass man ohne Fisch nicht ausreichend von diesen hirngesunden Omega-3-Ferzorgen bekommt, dann Ich war an einem Punkt ziemlich malnutrischend. Ich fühle, dass ich jetzt viel scharfer als ich war und ich denke, dass ich hier raus ist nicht zuzuhören mit dem nächsten Tag. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt klarer denken kann als zuvor. Natürlich kannst du dich auch aus verschiedenen Gründen besser fühlen, wenn du an einem Tag dann, ich meine, das geht mir nicht anders, ja, wenn du dich an einem Tag richtig scheiße ernährt hast, dich richtig vollgefressen hast, ein Cheat Day hattest oder sonst was, machst du am nächsten Tag wieder ordentlich Diät, dann bist du am nächsten Tag wieder deutlich klarer. Das ist kein Placebo-Effekt, sondern das ist zu erklären mit der Ernährung, die du vorher hattest, die einfach scheiße war. Also das ist nicht immer ein Placebo-Effekt, sondern liegt einfach daran, dass du dich dann verdammt auch mal wieder einen Tag wieder ordentlich ernährt hast. Dass dein Körper, dein Magen und so weiter mal wieder zu Ruhe gekommen ist, dass deine Darmbakterien mal wieder was ordentliches bekommen haben, dass du nicht die Fülle hattest, dass du nicht die schwerverdaulichen Sachen drin hattest und so weiter und so fort. ... der Zeit denkt, dass vielleicht ihre kognitiven Fähigkeiten schlechter werden, dass sie Konzentrationsstörungen wahrnimmt, die aber nicht wirklich ursächlich mit der veganen Ernährungsweise zusammenhängen. Auf der anderen Seite wäre es auch nicht überraschend, dass ein Placebo-Effekt eintritt, wenn sie dann doch Fisch isst, weil sie sich den kritischen Stimmen hingibt und dann plötzlich eine Verbesserung erfährt. Also auch wieder nur, das sind nur Vermutungen, wo ist das eine fucking Stellungnahme? Die eigentlich physiologisch nicht wirklich eintreten kann aufgrund des Fisches, denn wie gesagt, so schnell steigen die Omega-3-Level im Hirn in Bezug auf DHA gar nicht an, dass man direkt nach dem Verzehr oder am nächsten Tag nach dem Verzehr der Mahlzeit schon so ausgeprägte Veränderungen feststellt. Sie hat auch nicht gesagt, dass das aufgrund des DHAs ist, sondern sie hat einfach nur Mangelernährung allgemein. I don't know if the blood type thing is accurate, but some people really believe that. So this is another thing that I like about seeing the brain is I try to eat for my brain type and not my blood type. The brain type. Joe Rogan selbst gibt schon zu bedenken, dass er sich nicht sicher ist, ob die Blutgruppendiät tatsächlich valide ist. kommt dann die Blutgruppendiäte und so ein Scheiß ist auch Quatsch. Zum Rückschluss, dass das Ganze zwar vielleicht auf den ersten Blick, vor allem wenn man fachfremd ist, irgendwie schon plausibel wirkt, aber ein Blick in die wissenschaftliche Datenlage zeigt das Gegenteil. Eine systematische Übersichtsarbeit zeigt anhand der Datenlage, dass es keine valide Evidenz dafür gibt, dass eine nach den Prinzipien der Blutgruppendiät zusammengestellte Ernährungsweise für ein Individuum gesundheitliche Vorteile bringt. Zu der sogenannten Brain Type Diet, die Miley Cyrus anspricht, gibt es keinerlei wissenschaftliche Daten und das Konzept entbehrt auch jeglicher wissenschaftliche Evidenz. Wenn man auf Google sucht, landet man beispielsweise bei diesem Artikel zu der Brain Type Diet, die Menschen anhand von fünf unterschiedlichen Gehirntypen klassifiziert und Ratschläge in Bezug auf Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel gibt es. Dabei kommen dann total spezifische und natürlich nur für diesen einen Gehirntyp geltene Ernährungsratschläge heraus, wie zum Beispiel für Gehirntyp 1. Und natürlich verkaufen wir wieder Nahrungsergänzungsmittel. Wir kennen das Spiel. Hab morgen genau sowas geplant, Filmabend mit Chips, Popcorn und Schokolade, dafür den ganzen Tag Fasten, Kraftsport, Proteinpulver, dann fühlst du dich, du wirst dich am nächsten Tag scheiße fühlen. Bin gespannt, ob du hier Mittwoch in den Stream kommst und sagst, okay, war doch eine blöde Idee. Dort wird gesagt, wenn man Chunkfood-reiche Ernährung isst, sie sagt, ihr geht es seitdem sie Fisch isst besser und er interpretiert erst mal 20 Minuten irgendwelche Behauptungen rein. Zu viel Alkohol trinkt und ein Couch-Potato wird, sich also zu wenig bewegt und Stunden auf Social Media verbringt, dann kann... Das ist der Punkt. Nico macht es sich eben sehr einfach. Wenn es dir scheiße geht, hau lieber ein paar Subs rein, anstatt eben grundlegend vielleicht doch bei der Ernährung mal nachzuschauen und was zu ändern. Das zu mentalen Problemen führen, aber natürlich gilt das nur für Braintype One, oder? Es gibt ja ganz viele andere Menschen, die sich nicht bewegen können, sich schlecht ernähren können und regelmäßig Alkohol trinken und dabei super gesund bleiben, wenn sie nur den richtigen Gehirntyp haben. Natürlich nicht. Was man hier sieht, sind sehr verallgemeinernde Ratschläge, die auf alle Menschen zutreffen, weil das die Grundpfeiler einer ausgewogenen Ernährungsweise beziehungsweise eines gesunden Lebensstils sind. Moderate Bewegung, gesunde Ernährung und kein Alkohol auf regelmäßiger Basis. Und was sind jetzt die konkreten Ratschläge für diesen Gehirntyp 1? Ist eine gesunde Ernährung, betreibe regelmäßig Sport, nimm ein Multivitamin, Omega-3-Fertsäuren und Vitamin D. Nein, auch das sind keine individuellen Ratschläge für eine spezielle Gehirngruppe, sondern das sind einige der wichtigsten Supplementierungsempfehlungen für die allermeisten Menschen beziehungsweise Ernährungs- und Lebensstilempfehlungen, die für alle wichtig sind. Man sieht schon, in welche Richtung das geht. Man bekommt hier keine individuellen Ratschläge, die nach irgendwelchen Kriterien auf die eigene Person umgemünzt sind, sondern es wird hier versucht, sehr allgemeine Ratschläge irgendwie so zu verpacken, dass man das Gefühl hat, dass es eine speziell auf den eigenen Typus abgestimmt Ernährungsweise wäre. Aus dem Grund bin ich immer der Meinung, dass eine Ernährungsform die Subs benötigt, nicht die richtige für die Menschen sein kann. Richtig. Also zumindest, wenn du, wie gesagt, nochmal, ich bin ja nicht gegen Supplemente, du kannst immer alles optimieren. Manche Supplemente machen auch Spaß und manche Supplemente bringen dir auch vielleicht ein bisschen mehr. Aber wenn du schon grundlegend ein Supplement benötigst und haben musst, damit deine Ernährung funktioniert, dann ist das Ganze schon ein bisschen blöd. Was? Ich glaube, mein Bestes und ah so viele Avocados wie möglich, aber es ist schwierig, genügend Pferd zu bekommen. Dann hat sie wahrscheinlich viele Avocados, Nüsse oder sonst was gegessen. Es ist hart. Auch dieser Ausschnitt zeigt, dass es Miley leider einfach an Ernährungsgrundwissen mangelt, sie leider keine Ernährungsfachkraft zurate gezogen hat, um ihre Fragen zu klären, beziehungsweise sie vermutlich nicht einmal einfach gegoogelt hat, denn viele von den Punkten, die hier aufkommen, die hätte man durch eine einfache Google-Suchanfrage auch klären können. Beziehungsweise, wenn es um Nährwertfragen geht, ganz einfach auch über eine Chronometer-Berechnung ganz einfach aufdecken können. Wenn die Informationen, die über ihre Körpergröße und Gewicht im Internet kursieren, stimmen, dann ist sie 1,65 Meter groß und wiegt 48 Kilo. 1,000 Kilokalorien auf. Oh Gott, Digga. Sie hat doch fucking nicht mal gesagt, was sie den ganzen Tag über isst. Das war irgend so ein scheiß Nebensatz und er macht wieder eine Wissenschaft draus. Ist deinem Beispiel gut? Das ist nicht nur wichtig. Das Erste, was ich mache, wenn einer bei mir einen Ernährungsplan anfragt, dann soll der auch erst mal aufschreiben, was er wirklich gegessen hat. So detailliert wie möglich. Und dann kommt da nämlich sowas raus wie, ja, ich habe 200 Gramm Schlagsahne gegessen mit 500 Gramm Käse und dazu noch irgendwie hatte ich jetzt auch einen mit zweimal 200 Gramm Mandelmehl am Tag. Und da denke ich mir natürlich auch, okay, das ist zwar Ketogen, aber das ist jetzt nicht so geil von der Zusammensetzung. Und da kann man natürlich auch direkt so etwas ändern. Aber ich gehe da nicht in den Chronometer und sage dem dann hier, ja, aber da auf der, ja, Ketogen bist du ja schon. Ist irgendwelche fettreichen Lebensmittel zu inkludieren, sondern zu wissen, in welchen Lebensmitteln welche Fettsäuren stecken und natürlich auch das Wissen mitzubringen, welche Fettsäuren essentiell. Also überlebensnotwendig sind und das sind nur zwei. Die Linolsohne. Richtig und das können die meisten Leute nicht. Das versteht Nico nicht. Die meisten Leute sind nicht mal in der Lage zu wissen, was Protein, Kohlenhydrate und Fett eigentlich sind. Die Leute wissen noch nicht einmal, was Kalorien sind, was hinten auf dieser Packung drauf steht. Das versteht er, glaube ich, nicht, dass man diese Leute abholen muss und nicht einfach sagen kann, ja, ernährt euch alles vegan, lest mein Buch mit 500.000 Seiten. Das machen die Leute nicht. Das funktioniert so nicht. eine Omega-6-Fettsäure und in diesem Kontext wichtig, die Omega-3-Fettsäure namens Alpha-Linolensäure, aus der, wie wir schon gesehen haben, der Körper potenziell auch die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA machen kann, wenn man die Tipps zur Optimierung der Konvertierung beachtet. Dazu haben wir ein eigenes Video, das gerne angucken. Oder im Zweifelsfall man ganz einfach diese Omega-3-Fettsäuren über Mikroalgenöle supplementiert, damit man die langkettigen Omega-3-Fettsäuren einfach vorgeformt schon bekommt. Wenn man es über die Eigensynthese decken möchte, dann kann man hier anhand dieser Grafik aus meinem Buch Vegan-Klischede nochmal sehen, welche Lebensmittel, also welche vollwertigen pflanzlichen Lebensmittel und welche Pflanzenöle die besten Omega-3-Lieferanten sind. Wenn man darüber hinaus noch die langkettigen Omega-3-Fettsäuren und welche Pflanzenöle die besten Omega-3-Lieferanten sind. Wenn man darüber hinaus noch die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sieht. Warum soll ich mir Gedanken darüber machen, welche pflanzlichen Produkte die besten Omega-3-Lieferanten sind, wo bei mir vielleicht im Genpool gerade mal eine Umwandlungsrate von 2% oder sowas dann vorherrschen, wenn ich fucking einfach Eier und Fleisch essen könnte. Oder ein bisschen Fisch. Es ist doch viel einfacher. Ich muss mir keine Sorgen machen, welche Eier ich esse, ob ich jetzt Enteneier esse, Puteneier oder sonst was. Völlig scheißegal. Es ist völlig scheißegal, welchen Fisch ich esse, wenn er ein bisschen fettig ist. Genauso wie beim Fleisch. ...barat über Mikroalgenöle supplementieren möchte, dann liefert diese Tabelle aus. Ach so, jetzt kommen die... Ach, okay, Entschuldigung. Ich habe die Omega-3-Supplemente dann... Ach ja, erst die Vitamintabletten, dann die Omega-3-Tabletten. Da sind wir schon bei einem Euro am Tag. Jetzt kommen wir in die... Hm. Gut. ...dem E-Book, das 1x1 der veganen Ernährungsweise, einen guten Überblick über die unterschiedlichen Firmen und deren Mikroalgenöle in offener Form und in Kapselform, jeweils standardisiert auf 500 Milligramm des jeweiligen Produktes, damit man die Preise besser vergleichen kann. Wenn man Algenöle erwerben möchte und gleichzeitig meine Arbeit unterstützen will, dann... Natürlich! ...kan man sehr gerne, sofern man bei Noasan oder Sunny Natural bestellen möchte, den Affiliate-Code Niko15 nehmen, um 15% Rabatt auf die Erstbestellung bei Noasan zu bekommen oder Niko10, um 10% Rabatt auf jede Algenölbestellung bei Sunny Natural zu bekommen. Geht zum Aldi, benutzt keinen Rabatt-Code und kauft euch einen verdammten Lachs. Oder einfach fettiges Hackfleisch. Fertig. Du hast recht, ich habe auch einen Moment gebraucht, um mich damit zu beschäftigen, was hinter Protein, Kohlenhydrate und Steck. Leider muss ich zugeben, dass ich zu Kalorien noch keinen Bezug habe. Die sind für mich einfach nur eine Zeit. Ja, aber das lernt man ja auch mit der Zeit. Man lernt ja irgendwann, dass, keine Ahnung, dass Käse oder Nussmus, dass es natürlich sehr viele Kalorien hat und wenn man jetzt abnehmen möchte, vielleicht nicht das Optimale ist, dass man dann eher zu Lebensmitteln greift, die weniger Kalorien haben. Oder man hat zumindest auch schon mal im Kopf, dass man hinten drauf gucken kann. Däh. Aber wenn man zum Beispiel Veggie isst, da bekommt man alle Nährstoffe, oder? Äh, ja klar, wenn du auch noch Eier und Käse drin hast, dann, also bei Eier und Käse noch zusätzlich, bist du eh safe. Und wenn du dann noch Fisch mit dabei hast, sowieso. Wie kann man Ketogen zunehmen? Hab ich ein Video dazu gemacht. Einfach gucken. Was hältst du von Crossrope? 150, 120 Aufwandseil? Keine Ahnung. Ganz normales Speedrope-Seil, fertig. Kostet 20 Euro, oder so. Es ist nicht so gut Bio verfügbar, wenn man Leinsamen und so ist. Das ist richtig. Umwandlungsrate 4%, wenn du hochkommst und gut dabei bist und schon lange und hier und da kommst du vielleicht auf deine 10%. Aber sonst. Danke hier und braucht euch wirklich diese Fettsäure und das war wirklich schwierig für mich. Ja, dieses ganze Omega-3-Thema, das ist auch so eine Sache, da gibt es nichts Eindeutiges. Bei kranken Menschen, bei Menschen, die sowieso schon in irgendeiner Weise kaputt sind, kann es sein, dass Omega-3 eben eine bestimmte, ähm, oder unterversorgt ist, weil es auch eine bestimmte Rolle spielt. Vor allen Dingen, wenn du natürlich dich mit Omega-6 zuhaust und dann noch zusätzlich einen hohen Insulinspiegel hast und deine Arachidonsäure dann durch die Decke geht. Dann kann ich mir vorstellen, dass Omega-3 da helfen kann, das Schlimmste zu verhindern. Omega-3, Omega-3 ist in dem Fall also, du hast da, du hast da 10 Leute, die laufen von Haus zu Haus, zünden deine Häuser an und Omega-3 ist dann quasi so, so der kleine Feuerwehrwagen, der da hinterher fährt und versucht die Häuser direkt wieder zu löschen, wo Omega-3 die ganze Zeit die Häuser abfackelt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und jetzt kann man sich überlegen, wie wäre es denn, das ist jetzt ein Brain-Fuck, ja, wie wäre es denn, wenn man, wenn man doch einfach es sein lässt, die Häuser anzufackeln, dann braucht man auch keine bescheuerte Feuerwehr, die hinterher fährt und die Häuser wieder löscht. Ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Fischoil ist der Weg zu gehen. Wie schon im Video-Ausschnitt zu meinem Omega-3-Video gezeigt, ist es möglich, auch ganz ohne Fisch die Omega-3-Ferseurin ausreinend zu decken, denn der Fisch ist ganz einfach nur der Mittelsmann zwischen den... Ja, und woher kommt das? Woher kommt das? Der Kreislauf ist da nicht zu Ende, lieber Nico. Da ist noch was davor. Oder entsteht das einfach durch Hexerei? Nein. Also Bullshit. Ja, Alge als Primärproduzent und dem Menschen. Und man kann diesen Mittelfisch ganz einfach rausstreichen und direkt daher die Langhetting-Omega-3-Ferseurin bekommen, woher sie auch da Fisch bekommt. Nämlich aus Mikroalgen beziehungsweise daraus gewonnenen Mikroalgenölen. Das wäre mal interessant. Gibt es eine Studie dazu, dass Algenöl oder beziehungsweise Algen, wenn wir das wirklich als ganzes Nahrungsmittel nehmen, wir wollen uns ja nicht mit den Supplementen beschäftigen, sondern wenn wir einfach Algen fressen würden, inwieweit wirklich dann genügend davon aufgenommen wird, dass die Bioverfügbarkeit, das wäre definitiv mal eine interessante Thematik. Ob das wirklich so bioverfügbar ist, wie aus dem Fleisch. Wenn mal einer kurz irgendwie nebenbei googeln kann und Zeit hat, vielleicht findet ihr was, wenn nicht, gucke ich da selber nochmal nach. Algen haben auch viele Schwermetalle, kann ich mir auch vorstellen. Wie gesagt, da könnte man bei den Algen definitiv nochmal reingucken. Da interessiere ich mich ja studienmäßig jetzt nicht für die Algen, weil die esse ich sowieso nicht. Die haben wir sowieso nicht hier in Deutschland. Was soll ich mich für Algen interessieren? Wenn das keinen Sinn macht, das in die Ernährung irgendwie einzubauen. Nur eine nachhaltigere und ethischere Alternative, sondern eben auch eine gesundheitlich mindestens ebenso wirksame und oft weniger belastete Quelle für diese langjährigen Omega-3-Fettsäuren. Und ich nehmt nicht mehr und ich bin sober. Aber ich bin sober seit die Vokalsurge quasi für mich. Hier nimmt das Gespräch nochmal eine interessante Wendung. Denn sie sagt ja, wie groß und spürbar der Unterschied ist, seitdem sie wieder Fisch in ihrer Ernährungsweise inkludiert hat. Und obwohl nicht genau klar ist, wann dieser Switch in ihrer Ernährungsweise stattgefunden hat, kann man davon ausgehen, dass es im Jahr 2019 passiert ist, weil das sagt sie und sie damit irgendwann im Laufe dieses Jahres mit der veganen Ernährungsweise aufgehört hat. In diesem Jahr ist auch noch jede Menge anderes passiert, was ebenfalls dazu beitragen kann, dass sie sich besser fühlt. In 2019 hatte sie nämlich auch ihre Stimmband-Operation, nach der sie sich mehrere Wochen schonen musste und daher erstmals seit langem auch weniger arbeiten konnte und sich aufschauen konnte und auch nach eigener Aussage zu dieser Zeit aufgehört hatte, zu rauchen und Alkohol zu trinken. In Macht Sinn, dass man nach einer Operation aufhört zu rauchen? Keiner Sekunde stellt dabei Miley oder auch Joe die Frage, ob es vielleicht nicht nur alleine an der Ernährungsumstellung liegen könnte, dass es ihr so viel besser geht, sondern eben auch an dem insgesamten Lebensstilwechsel. Darüber hinaus und das sowieso, das wollen wir mal nicht außen vor lassen. Da hat er ganz recht. Ja, da stimme ich ihm zu. Trotzdem stimme ich ihm da natürlich zu, dass definitiv Alkohol und Rauchen und Drogen oder so, dass die natürlich dazu beitragen, dass man sich vielleicht ein bisschen besser fühlt. Selbst wenn man den Kaffee rauslässt, wie viele Leute hier auf dem Discord und so schon alleine Koffein rausgelassen haben und sich dann einfach mal tausendmal besser gefühlt haben. Nur deswegen. Fünf Dinge, die sie nicht gesagt hat. Erstens, ich habe nur veganes Junkfood gegessen. Zweitens, mir geht es nur wegen dem Omega-3 besser. Drittens, ich habe gleichzeitig mit dem Alkohol aufgehört. Ich habe nur alles kurz gegoogelt und keine Ernährungsberater. Ich habe keine Supplements genommen. Ich denke mit Sicherheit, dass sie auch genügend Geld oder Freunde oder was auch immer hat, dass sie da irgendwie auch eine Ernährungsberatung in irgendeiner Weise hatte und sich nicht alles die hat sich bestimmt nicht vor YouTube gesetzt und hat irgendwie irgendwelchen Markus-Rühl-Videos angeguckt und gesagt, okay. Immer wieder von ihren Videos und Interviews thematisiert, war sie in der Vergangenheit dem Drogenkonsum nicht abgeneigt. Und wenn man im Rahmen ihres Lebensstil-Wechsels davon ausgeht, dass sie auch davon Abstand genommen hat, gibt es immerhin vier Faktoren, die abseits der Ernährungsumstellung dafür sprechen können, dass sie sich dadurch besser fühlt. Und auch wenn... Nein, wir brauchen kein Nico-Emoji. Wenn es spekulativ ist, wie genau diese zwei Zeitpunkte zusammenfielen, weil wir nicht genau wissen, wann sie mit der veganen Ernährungsweise in 2019 aufgehört hat, ist es zumindest ein Punkt, zu dem man in Betracht ziehen sollte. Miley zeigt damit und da ist sie auch nicht alleine, sondern sie reiht sich in eine ganze Riege von Ex-Veganern und Ex-Veganerinnen ein, dass... Ja. Ist doch schön, wenn auch Leute davon berichten, dass vegane Ernährung bei ihnen nicht geklappt hat. Gibt auch genug Leute, bei denen klappt keine Ketogene- oder Carnivore-Ernährung. Carnivore halte ich zum Beispiel auch selber nicht durch. Ich habe auch keinen Bock auf Carnivore. Wenn man nicht gut informiert ist, eine vegane Ernährungsweise durchaus falsch praktizieren kann und dass die eigene Gesundheit darunter leiden kann. Was mir persönlich sehr leid tut, ich wünschte, all diese Menschen hätten eine vegane Ernährungsweise gut praktiziert und zwar nicht nur, weil es für die vegane Bewegung wichtig ist. Digga, der John Venus, der hat doch immer Videos gezeigt, wie er kocht und isst und was weiß ich nicht was. Der hat sich doch nicht beschissen vegan ernährt. Was mir persönlich sehr leid tut, ich wünschte, all diese Menschen hätten eine vegane Ernährungsweise gut praktiziert und zwar nicht... dann sollte man doch auf die Idee kommen, dass eine vegane Ernährung vielleicht für die meisten Menschen nicht geeignet ist, weil sie damit einfach nicht zurechtkommen, weil sie es nicht gut praktizieren können. Ist ja schön, dass Meister, Meister, Meister Vegan das für sich dann selber vielleicht hinbekommt, mit Supplementen ohne Ende, aber wenn das andere eben nicht wollen oder können, dann hat man das gefälligst so akzeptieren, ganz einfach. Nur weil es für die vegane Bewegung wichtig wäre, dass prominente Vertreter keine negativen Effekte. Genau, Nico würde es auch deutlich besser gehen, wenn er sich mal endlich mit Fleisch ernähren würde. Endlich mal so ein Protein-Check reindrücken, ein bisschen Fisch und Fleisch und Steak, dann sieht er noch viel besser aus. Dann ist er auch nicht so steif da die ganze Zeit und sitzt, sondern macht ein bisschen Party und so. Ne? Wahrscheinlich fehlt er so ein bisschen so... Ich vermute ja nur. Ich vermute genauso. Lichtblick ist das beste Beispiel. Der ernährt sich natürlich auch super toll und richtig vegan. Und, äh... Ja. Dann nennt doch mal bitte genauso viele Beispiele wie Negativbeispiele für Leute, die sich positiv vegan ernähren. die aber auch wirklich alles offenlegen. Ja? Natürlich gibt es auch vegane Sportler, aber wir sehen auch bei Patrick Baboumian erstmal eine Handvoll Tabletten am Morgen. Muss sein. ... die vegane Ernährungsweise erfahren, sondern mir tut es einfach sehr leid für die Menschen, die ihre Gesundheit hiermit aufs Spiel gesetzt haben. Aber, und das ist wichtig zu verstehen, diese Beispiele sind kein Argument gegen den Veganismus, sondern nur gegen eine falsche Umsetzung des Veganismus. Nein, sie sind ein Beispiel gegen den Veganismus. Weil du es nicht ordentlich umsetzen kannst. Beziehungsweise es schwierig ist, sowas in den Alltag zu integrieren und die soziale Komponente völlig außen vor gelassen wird von Nico. Und wenn eben viele Leute die vegane Ernährung nicht machen können, weil sie damit eben Stress haben, dann lasse ich den Scheiß eben sein. Ganz einfach. Wie man da vegane Ernährungsweise bedarfsdeckend gestalten kann, zeigen wir unter anderem in der zehnteiligen Videoreihe zu den Natürlich haben die Leute immer Zeit, sich dann auch zehnteilige Videoreihen anzugucken. Zehn Tipps für eine gesunde, alltagstaugliche vegane Ernährung. Acht davon sind schon online, die nächsten zwei kommen noch, die gerne auch angucken, wenn man sie noch nicht kennt. In Bezug auf die vegane Ernährungsweise sehen wir, dass sich seit den früheren Positionspapieren aus den 2003er und 2004er Jahren nichts wirklich Grundlegendes an der wissenschaftlichen Datenlage zur veganen Ernährungsweise geändert hat. Im Gegenteil, in den letzten zwei Jahrzehnten ist im Grunde genommen von den meisten großen Fachgesellschaften ein Konsens zur veganen Ernährungsweise entstanden. Und der lautet zusammengefasst, wie es beispielsweise die Academy of Nutrition and Dietetics im Jahr 2016 Ach so, ist das die von der, von, die vom Avocado Board gesp... Ne, Soja war es, ne? Avocado und Soja war es, glaube ich. Da haben wir doch auch mal einen Zusammenhang von Eat Right herausgefunden. Eat Right und American Heart Association etc. pp. Gab es da nicht mal was, ne? Irgendwie so eine halbe Million oder so von der Soja-Industrie und von Avocado Board und was weiß ich nicht was? Tipptopp. ...in ihrem Positionspapier Schlussfolgerte. Eine vegane Ernährungsweise, wenn sie gut geplant ist, kann in jeder Phase des Lebens bedarfsdeckend sein und mit gesundheitlichen Vorurteilen einhergehen. Sämtliche relevanten Informationen zur Nährung... Natürlich sagt er im Prinzip, dass es eigentlich jeder machen muss, weil, weil die Leute sich damit natürlich dann auch moralisch überlegen fühlen. Weil er sagt, es wäre der ethisch beste Weg, quasi. Aber was natürlich auch Quatsch ist. Das Thema Ethik hatten wir auch schon tausendmal. Ich habe keine Ahnung. Bei veganer Ernährungsweise gibt es im Buch Vegan-Klische-ID sowie die ergänzenden... Und da steht auch noch Vegetarian. Achso. Planet Vegetarian including veganer zur Hilfe von Nutrition und Adequate und May provide Health-Benefits. Ja. Veganer benutzen aber auch... Müssen aber auch B12 und Supplemente nehmen. Tipptopp. Da ist... Da ist für die Pharmaindustrie wieder... Das schmeckt. Das schmeckt. Aber eigentlich... Eigentlich bin ich blöd. Eigentlich bin ich echt blöd. Eigentlich sollte ich den Veganismus auch pushen und dann einfach vegane Supplemente auf den Markt bringen. Die Leute sind eben auch viel offener mit ihrer Brieftasche. Ich sollte aufhören zu erzählen, dass in einem Ei verdammt noch mal alles drin ist. Ich sollte... Ich sollte erzählen... Dass vegane Ernährung gut ist und Supplemente verkaufen. Das sollte ich tun. Hm. Naja. Also wie wir hören, das halbe Video besteht aus irgendwelchen Vermutungen. Was hätte Miley Cyrus in irgendeiner Weise getan und hätte, hätte Fahrradkette. Ja. Und eine Stellungnahme ist das mit Sicherheit nicht, weil du nämlich überhaupt keine Fakten auf dem Tisch hast. Viele Stromhahn-Argumente, die wir gehört haben. Äh... Ja. Also. Thema Nummer zwei, was wir hier kurz ansprechen wollten. Und dann haben wir auch schon die Stunde wieder rum. Thema Frauen- und Regelschmerzen. Liebepastische und liebe ... ... ... ... ... Hello. Vielen Dank.